Damit auch Sie gerüstet sind für das spannende Spielejahr 2015, gibt die PC Games Hardware Redaktion auf über 40 Seiten Kauftipps zu Grafiekarten, Mainboards, RAM, SSDs, CPU-Kühle, Netzteilen, Gehäusen, Monitoren, Sound sowie Eingabegeräten. Zusätzlich gibt die Redaktion Bau- und Tuning-Tipps und zeigt außerdem, wie sie aus Spieleklassikern echte Hingucker machen. All das im PC Games Hardware Sonderheft der Traum PC 2015. Im Handel und nur solange der Vorrat reicht.